Ähm, hi. Ja, willkommen, meine Lieben, zu einem neuen Let's Play Part von The Legend of Zelda The Windbreaker. Das müsste jetzt schon Part 59 sein. 59. Gut, und ja, hier sind wir, ne? Äh, der rote Baron und ich und Link und ja, mit noch mehr. Hurra. Ähm, ähm, ich guck mir die Inseln an. Ja. Was mach ich? Ich bin immer noch da... Was mach ich denn? Das ist Quatsch. Ich bin immer noch dabei, die Triforce-Karten, beziehungsweise Triforce-Splitter zu suchen. Und it's Zelda-Time! Hurra. Wow, ich kann mir nichts besseres vorstellen, als stundenlang was mehr zu fahren. Hurra. Was soll's. Mein neuer Controller ist cool. Der reagiert auch mal, also. Hut ab. Was soll ich sagen? Uäh. Uäh. Crack. Ich hab keine Ahnung, wo ich hier gerade hinschippe. Oh nein. Ich hab so viel Hassel. War ich hier nicht letztes Mal schon? Pistoy. Tschüss euch. Uäh. Uäh. Hallo, ihr stinkt. Ach so, das war das. Ja, falt nur hier. Ich glaub ich sollte mal wieder Link's Awakening spielen, das war so schön, äh, angenehmer. Ui. So. Uäh. 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 So. Hombus hin. Hombus hin. Ah, ich glaub, ich bin hier sogar richtig. Ich hab so Tipps bekommen, ja. Gespoilert hab ich's. Ich sollte mal in einer der, auf einer der Inseln gucken, in der Nähe von Präludien. Da wäre doch was. Okay. Die Frage ist nur, ey, da war ein Schatz. Hier. Hier. Äh, wo sind wir? Ja, ist egal, den hole ich mir später. Erstmal muss ich jetzt gucken, wie ich da überhaupt hochkomme. Stopp! Halt! Stopp! Jetzt rede ich. So. Äh! Ey, das geht sogar. Woah, wie geil ist das denn? Mein Ohr hat gerade gejuckt. Tut mir leid. Was ist das schön. Die Sonne geht gerade auf. Oh, da geht sie auf. Was ist das? Hm. Meine abgesäbelte Palme. Oho. Wo ist der Affe, der mit Kokosnüssen wirft? Oh Gott. Oh Gott. So. Palme. Wie, du kannst nicht höher erzählen, was bist du denn für ein Lutscher? Äh! Oh Gott. Oh Gott. Schon wieder ein Wasserfall. Oh Gott. Kommt schon ey. Ah, der Controller ist genauso blöd. Oh. So. Da ist ein Loch. In das Loch. Wuuu. Vielleicht gibt's ja glücksamen Netz. Nein. Ich will kein glücksam. Hey, Moment mal so was ähnliches hab ich doch schon mal gemacht. Oh Gott. Wo ist das Schild? Schild? Keine Fackeln zum Anzünden? Bestimmt ein Teleporter-Spiel. Hehehe. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Hab ich mich erschrocken gemacht. Puh. Okay. Ach man, ey. Eine Truhe. Ah, ein Glücksamolett. Zur Hölle damit. Ich will keine Glücksamolette mehr. Verdammt. Nein, fass mich nicht an. Fass mich nicht an. Nimm deine Drecksgriffel von mir. Nein, nein, nein. Nein, nein. Wieso? Ich hasse diese Hände. Revanche! Du bist so ein Louis-Kind, ne? I hate you! Mann, ey. So ein Scheiße hier. Komm mir mal gar nicht drauf klar. Komm mir mal gar nicht drauf klar. Oh. Ach so ist es. Ja. Wusste ich doch. Dum dum. Okay. Okay. Das ist echt verwirrend. Oh Gott. Oh Gott. Ja, komm hier. Deine... Dreckliche Füße. Ja. Ey, durch. Rede mit dir. Na ja. Jetzt fällt dir ein und so weiter. So. Bup. So. Okay. Bup. Wup. Jetzt setzen wir hier mal alles in Brand. Äh. Das sind schon wieder viel zu viele Möglichkeiten, finde ich. Das mag ich mal gar nicht. Ich geh mal rechts. Warum muss immer so eine Missgeburt sein? Nein, nein! Nicht doch. Ich will nicht wieder ganz nach vorne und so. Boah, warum sind hier so viele Möglichkeiten? Das mag ich nicht. Das mag immer. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung, was ich machen soll. Das mag ich nicht. Ich weiß nicht. Oh nein, wo komm ich denn jetzt schon wieder? Ah! Bleib! Scheiß Entwickler, ey. Was soll man mal hier kriegt, ey? Nee, da war falsch. Ah! Ah! Orientierungslos! Und dann muss man sowas machen! Ja! 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 So. Wo sollte ich jetzt nun mal lang? Hier hab ich den nochmal. Nur mal rin! Ich hab keine Ahnung Hier Vielleicht Ich komm schon wieder am Anfang raus Nee Okay, warum Äh Okay Was ist das? Ein Glücksamulett? Ahahaha Was? Wo hast du ge... Ach so, deswegen sollte ich hier hin Die Geisterschiffkarte Mua 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 Das heißt ich kann jetzt aufs Geisterschiff? Cool Äh, ich guck mich trotzdem nochmal um Vielleicht gibt's hier noch ein paar Schätze Was ist das? Was ist das? Ich habe keine Scheißhand durch Ich habe keine Scheißhand durch Egal Egal, den Rest fülle ich eh nicht Bäh, bäh, bäh Okay So, was ist jetzt mit dieser Geisterschiffkarte? Ich habe das mit dieser Geisterschiffkarte Ich habe das mit dieser Geisterschiffkarte Die Mondzyklen Wtf 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 Da ist er. Ja gut, ne? Was fehlt uns denn noch für... Hm. Aber ich meine ernsthaft. Wie soll man denn darauf kommen, dass auf dieser verfickten... Tut mir leid. ...dass auf dieser blöden Insel eine Geistelschiffskarte ist? Scheiß Entwickler, ja. Na gut. Wo fahre ich jetzt hin? Ähm. Zu Capo Grande. Da muss ich jetzt wohin? Da lang? Boah, so ziemlich. Da kann ich mir gleich auch noch einen Triforce-Splitter ansehen, glaube ich mal. Ah, ne. Doch. Vollsozial. Da muss ich an. Mein Gott, was ist diese Schüpperei hausen? Ob ich die rauschneide? Nein! Wir sollten mal schön mitbekommen, wie scheiße das ist. Ah. Wir sind gestorben. Und Möwis. Hi, Möwis. Mein Gott, ist das spannend. Wuh. Oh no. Jetzt gewittert es einfach nur. Na egal, ich habe meine Möwen-Freunde. Hallo, Möwern, kommt wieder zurück. Ihr müsst mir Gesellschaft leisten, sonst ist das stinkend langweilig, weil der Rote Baron nichts Interessantes von sich gibt. Mann. Wo muss ich denn lang? Wenn ich denn schon da komme? Bin ich nicht. Ach, wäre auch zu schön. Ist das nicht gerade bekannt? Stimmt. Bestimmt. Ah, sieht so aus. Einfach mal hinschippern. Ich wäre voll dafür, dass der Rote Baron sich mal einen Außenbootenmotor zulegt. Und nicht so ein stinkiges Segel. Dann geht es vielleicht noch mal ein bisschen schneller voran. Aber man soll ja nicht meckern. Nein. Aber ich kann so gut. Na, ich glaube, ich bin auf dem richtigen Weg. Das ist schön. Ja, ohne Karte wäre ich schon ziemlich aufgeschmissen. Ach, da sind meine Möw-Freunde wieder. Hallo, Möwis. Ja, du bist ja nur alleine. Da. Da ist ein Kumpel. Oh, wie langweilig. Ich drück' gar nicht. Ich lass' einfach nur gerade ausfahren und guck' zu. Das ist schon... Ist schon interessant, ja. Ich kann mich kaum noch halten vor lauter, äh... Ah, da, 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 da ist was. Da sind Vitterschots. Oh, yeah, bitch. Ach, Gott. Hier müsste irgendwo ein Schott sein. Yeah, bitch. Yeah, baby, yeah. Was ist denn da schuldig? Oh, cool. Du hast einen Triforce-Splitter gefunden. Yeah, yeah. Ah, sieben fehlen noch. Und wir tun jetzt noch weitere sieben, um das Triforce zu vervollständigen. Yeah, yeah, yeah. So. Und hier muss noch eine Triforce-Karte sein. Ist ja interessant. Ist das... Hä? Warum soll ich hier noch nie? Nein, wie kommt mir das nicht so bekannt vor? Ich werde es mal erkunden. Wahrscheinlich war ich schon mal irgendwann. Hat aber nicht die richtigen, äh... Mittel. Ach, das sind Krabben, ey. Ich habe mir schon... Und der sieht wie am Möwen, oder was? Yay. So. Boom. Ich will speichern. Äh, das sieht mir wieder so nach Kämpfen aus. Kann man den nicht einfach so bekommen? Ohne Anstrengungen. Ich meine, so ein Held hat ja schon genug... Oh Gott. So ein Held hat ja schon genug zu tun. Da braucht er nicht noch sowas? Oh Gott, nein. Oh Gott. Äh, lasst mich in Ruhe. Äh, lasst mich in Ruhe. Autsch. Äh, das ist mir wieder. Äh, das ist mir wieder. Ah. Ja. Nein. Muss ich alle Lämpchen anmachen? Hoffentlich schaffe ich das auch mal in diesem Part. Ich schaffe nie was in 30 Minuten. Gott. Ich schaffe ihn. Ouuuuch! Pena, ey. Pena. egal auch wenn der Part wieder ein bisschen länger dauert. Ich meine bei Lufia dauern sie immer fast 50 Minuten. Das soll jetzt nicht heißen, dass ich diesen Part jetzt auch 50 Minuten mache, aber dass ich wenigstens diese Hölle hier fertig kriege. Ich weiß nicht, ob ich das in 5 Minuten schaffe. Obwohl, so schwer scheint es ja auch nicht. Sag ich jetzt und gleich kommt wieder eben eine Scheiße. Och. Oh ja, komm 3! Warum nicht 4? 5? So, wo ist der Letzte? Autsch! Hä? Achso, der ist tot. Ach, sagt das doch. Ach die. Hiiii! Bam! Autsch! Hurra, Glücks-Ambulett! Wie sehr habe ich mir diese gewünscht? Rubin! Wo kommt die denn her? Die war vorher noch nicht hier. Oh, scheiße. Nein, nein. Nein, nein, nein. Oh, oh Gott. Sterben. Du sollst aber nie sterben. Oh Gott. Jetzt kommt der Zweite! Ich mag die Dinger voll gar nicht. Ich mag die Dinger voll gar nicht. Null! Egal. Ich habe hier schon alle. Ah! Cool, ich habe das sogar in der Zeit geschafft. Ich bin so imber. Nein, eigentlich nicht. So. Dann wollen wir mal. Wollen wir uns die Triforce-Karte mal abholen, nicht wahr? Ja, das wollen wir. Yeah, yeah. Ha, jetzt kommt ein Glücks-Ambulett, dann schlage ich die entwickler kaputt. Dann suche ich mir die Adresse von denen raus und schlage die kaputt. Das ist eine Triforce-Karte gefunden. Yeah, yeah. Ah, da ist sie verschlüsselt und ich muss sie mir für teuer Geld entschlüsseln lassen, um sie lesen zu können. Okay. Jetzt jigger ich noch hier voll gechillt raus. Oh, yeah. Gechillt. Yay, gechillt. Pfui! Einfach nur grossartig. Mehr gross als artig. So, was fehlt mir denn noch? Da ist das Geisterschiff. Hm. So, was fehlt mir noch? Brrring! Eine Karte, ne, zwei Karten. Von Geisterschiff auch noch. Miek! Na egal, ein Trifor-Split habe ich schon mal. Und mir fehlen nur noch zwei verdammte Karten. Das läuft doch schon mal gut. Also besser als sonst. Sonst. Dann werde ich mal gleich schauen, ob ich noch die letzten Karten irgendwie mir unter den Nagel reißen kann. Ich danke euch, dass ihr meinen Part geschaut habt. Ich hoffe, ihr habt euch nicht zu sehr aufgeregt. Und es tut mir leid, dass es immer so lange dauert. Aber ich kann da auch nichts für. Das Spiel ist so. Das ist auch nicht so, weil ich unfähig bin oder so. Nein, nein. Das ist das Spiel. Ganz allein das Spiel. Na ja, dann würde ich mal sagen, ähm, guckt das nächste Video, goddammit, und so. Ich würde mich wie immer über Kommentare und Bewertungen sehr, sehr freuen. Und, ja, gebt die Hoffnung nicht auf. Ich schaff's bestimmt bald, äh. Naja, ich muss ja auch mal irgendwie weitermachen, ne. Also denn, viele liebe Grüße wünscht euch eure Lenschen 93. Ciao.